Hallo zusammen, hier bin ich wieder mit einem neuen Gleitschirm-Film. Es ist seit dem letzten Film eine Weile her, ich bin auch länger nicht mehr geflogen. Und das hier wird mein erster Film mit der neuen 360-Grad-Action-Cam. Wo stehe ich da? Ich stehe auf einer Lax auf dem Grab St. John und mache mich bereit zum Start, zu meinem 102. Start. Vor genau einem Jahr stand ich auch schon auf dem Grab St. John. Ebenso, bei super schönem Wetter, im Tiefschnee. Und damals, vor einem Jahr, war es mein allererster Höhenflug. Beim ersten Flug, ich weiss es noch genau, bin ich einfach mal geflogen, mal unten am Schirm gehangt, habe vorsichtig mal links gesteuert, ein wenig rechts gesteuert, einen ersten Kreis geflogen. Und habe vor allem mal gemerkt, wie fühlt sich das so an? Und habe noch so einen Schirm, wie bewegt sich der Schirm? Wie sieht die Welt von hoch oben aus? Wenn man aus so einem gestaltlichen nachschauen kann, nichts als Luft um einen herum. Ja, und jetzt stehe ich da, zu meinem 102. Flug. Und es nimmt mich selber Wunder, was ich gelernt habe in diesem Jahr. Darum, auf dem Flug habe ich mir vorgenommen, wieder mal verschiedene Manöver zu fliegen. Die, die man auch an der Prüfung zeigen muss. Also, ich fliege mich an. Ich lege die Ohren an, dann mache ich einen Doppelkreis, fliege eine schnelle Nacht ein. Und am Schluss, als Dessert, weil es immer so super cool ist, fange ich dann an zu rollen. Und das Rollen steigere ich dann auch noch bis zum Wing-Over. Und der wird dann ausgeleitet noch mit einer kleinen Steilspirale. Es gibt einen super Flug, es ist das schönste Wetter, das beste Panorama. Geniessen Sie es doch auch. Und des Rollen steigere ich mich an. Und das ist das Schmerz. Jetzt müssen wir Ihnen anschauen. Und dann müssen Sie das Schmerz. Und dann müssen Sie das Schmerz. Und dann müssen Sie das Schmerz. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020